Warum, wie kommt man auf die bescheuerte Idee, zu Pupillen mit einem Unimog durch die Lüste zu verlangen? Hä, na die Idee ist doch geil. Also, das liegt ja jetzt nicht an der Idee. Wir machen weiter mit einem Video von Madin. Und zwar ist das Video online von der Sahara. Unimog Katastrophe in der Sahara. Survival Money. 32 Minuten, hier steht nichts mit Teil 1, Teil 2, Folge irgendwas. Ist es das komplette Video? Ich dachte, es wird eine Serie. Ich weiß es nicht. Katastrophe. Der Unimog ist auseinander gebastelt. Wir gucken rein. Herzlich willkommen beim ersten Video aus der Sahara. Okay, beim ersten Video. Das heißt, es wird doch mehrere geben. Okay. Berlin nach Afrika, 2200 Kilometer, haben wir schon hinter uns. Ab hier und heute beginnt ein Workshop für die Vorbereitung für die Durchquerung der Sahara. Und wir reden nicht von irgendwelchen Straßen, die wir fahren. Nein, wir wollen durch die Sahara, querfeldein. Aber, um da halt nicht einfach bei den ersten zwei Metern schon krachen zu gehen, werden wir... Workshop-Tour? Was ist mit Workshop-Tour gemeint? Hier ist sogar ein Aufkleber drauf, sehe ich gerade. ...wir heute, zusammen mit allen anderen, die man hier sieht, diesen Workshop starten. Wir werden Grundkenntnisse im Bereich des Sandfahrens erleben. Wir werden unsere LKWs näher kennenlernen. Wir werden darauf vorbereitet in den Sinn... Was tut man, wenn man eine Düne von 90 Grad nach oben fährt? Das sind all die Sachen, die wir vorher abklären. Und wenn wir damit... 90 Grad? Wenn man eine... Hä? 90 Grad Düne nach oben? Chad, helf mir kurz. Was meint der mit 90 Grad Düne nach oben? 90 Grad ist doch senkrecht. ...dann fertig sind. Ich sag mal so, mir wurden Informationen zugetragen, dass es schon einige Fahrzeuge dahingerissen hat. Okay. Die einfach von der Sahara verschluckt worden sind. Um denen halt nicht zum Opfer zu fallen, werden wir uns jetzt die nächsten Tage darauf vorbereiten, diese Sahara zu durchqueren. Hier im Workshop in Afrika. Okay, alles sichern, alles zumachen. Red, go! Workshop Tour. 1800 Kilometer. Adventure. Genua. Tunis. Desert. Da müssen wir jetzt aber mal rein in die Recherche. Warte mal. Genua. Hodenplaner. Tunis. Sind die mit der Fähre hier rüber oder was? Ach, warte mal, warte mal. Ja, klar, warte mal, warte mal. Genua. Tunis. Desert. Ah, okay. Also quasi von Genua nach Tunis und dann von Tunis in the Desert. Also, ja. Das? Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Okay, verstehe. Okay. 1800 Kilometer. Okay, nice. So, ich beginne. Die nächste Etappe. Wir versuchen, eine Bergregion zu erreichen. Uuuuh. Das sieht sexy aus. Ja, 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 ja. Ich muss das mal stoppen. Geil. Geil, geil. In dieser Bergregion wissen wir nicht, was uns erwartet, weil das letzte Mal waren sie wohl vor zehn Jahren da an dieser Ecke. Das war eine Rallye. Über diese Rallye-Straße wollen wir eigentlich fahren. Deshalb wird spannend. Es kann sein, dass wir da ankommen und uns einfach eine neue Strecke suchen müssen. Es gibt einen Plan, aber ob der Plan funktioniert, weiß niemand. Deshalb, es bleibt auf jeden Fall spannend. Okay. Also, die waren jetzt quasi, warte mal, die sind angekommen mit der Fähre schon, sind jetzt, die sind schon in Afrika. Klar, wir sehen das hier. Ähm, waren jetzt in diesem Basislager. In diesem Basislager waren noch gerade diese ganzen anderen LKWs, ne? Und jetzt fahren die erstmal los dahin, weil die da dann ein Offroad-Ding, äh, Training machen wollen. Wie hoch der ist? Ja, bestellig. Was ist denn das eigentlich für ein geiles Teil hier vorne? Das ist ja nur eine Doppelkabine mit einem Dachzettel hinten drauf und ein paar Koffern, oder? Herr, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Hä, hat Madi nicht in dem Video gesagt, dass sie zu dritt unterwegs sind? Oder ist das jetzt vielleicht wegen dem Training erstmal? Beginn der Sahara. Geile Schriftart. Wir verlassen jetzt die Asphaltstraße und aufgrund der Asphaltstraße müssen wir jetzt die Räder den Druck ablassen, weil es erstens das Material scheiße wäre und zum anderen unsere Bewegung. Was geht denn hier hinten ab? Was sind das alles für... Haben die... Achso, das ist wahrscheinlich... Ist das so ein Gruppenshirt für alle gewesen, ne? Für die komplette Tour. Aber Madi hat sein eigenes an. Ich dachte gerade so, die sind von einem Fahrzeug. Hm, okay. Okay. Jetzt aufhört dazwischen, haben wir den richtigen Reifendruck erreicht. Jetzt alles wieder abstempeln. 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 Und dann gehen wir mal ein bisschen ins Gaylande. Gaylande! Okay, nice. Vamos. Mich würde mal hier Temperatur interessieren gerade. Gelände, mein Freund. Was sagt Temperatur? Es war es vorbei hier. Ein bisschen Autobahn fahren durch Afrika. Jetzt fahren wir mal ins Gelände hier. Komm, der fährt einfach runter. Geht's halt echt rein? Geil. Keine Ahnung, was der vorhat. Der ist irre, der Typ. Madi, schon am durchdrehen. Geil. Geil, geil, geil. Tigger, das war's jetzt mit Spaß. Hä? Ernsthaft? Jetzt fängt der Spaß erst an. Jetzt fliegt der erst mal alles nach die Wunschung. Okay, das ist der von Madin, oder? Das ist der von Madin? Ist das vielleicht dieser Feuermack oder so? Sieht schon geil aus, ne? Weil er jetzt einfach 50 km war durch die Wüste, ohne irgendwas zu sehen. Einfach der Staubbeut geht dahin, Alter. Schwung, schau es an. Boah, ich hab's ja fest. Diggi, puh. Sieht schon fett aus. Also, wir haben ja jetzt offiziell normales Straßenland verlassen, haben kurz ein Habslecher gemacht. Hier drüben in die Wüste. Ich muss mich jetzt aber ranhalten, weil wir sind voll in der Rallye. Obwohl, nein, da vorne steht er. Alles gut. Hä? Was ist denn ihm los? Hier fällt gerade einfach ein Unimug auf die Straße. Und dann geschah das Unvermeidbare. Warte, 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 was geht jetzt ab? Nein, keine Schade, Alter. Der wird nie dermaßen los. Ist drin. Mit dem Gashebel kann ich einigermaßen arbeiten, aber du weißt ja selber, Gashebel ist für die Gefilter einfach schwierig zu nutzen. Was ist denn jetzt los? Hä, die sind gerade, wollen die nicht gerade zu diesem Berg fahren, zu diesem Training erstmal, bevor es überhaupt losgeht? Vito Ende, das war's, ich bin raus. Der Schwitz stirbt und so, weißt du? Nein, wir fahren jetzt ja ungefähr seit einer Stunde durchs Gelände. Ja. Und ich hatte vorher schon Probleme damit, das Gas vernünftig zu dosieren. Es gelingt mir nicht. Ich dachte erst, es ist ein Fahrfehler, aber es ist halt so, dass das Pedal, das Gaspedal, sich nicht dosieren lässt. Also ich komme dran und in dem Augenblick, wo ich es berühre, fängt er an zu fippen. Also mein Fuß überträgt sich die Vibration und dann fängt er an zu springen. Der Unimug spriegt die ganze Zeit. Normalerweise müsste der einfach kontinuierlich fahren. Wenn du vom Gas gehst, geht er runter. Wenn du wieder Gas gibst, fährt er wieder los. Aber Mimi macht er einfach so, die ganze Zeit so. Sorry. Hä, also habe ich das nicht verstanden, dass durch das Wackeln, sein Fuß mitwackelt und deswegen eher mal so aufs Gas kommt, oder wie? Und auf der Autobahn kann ich aber mit dem Gashebel arbeiten, aber im Gelände geht das nicht. Was ist denn ein Gashebel? Da wippst du halt die ganze Zeit rum. Wie ein Irrer. Und jetzt wird geguckt. Was ist jetzt der Lösungsansatz? Die Feder müssen wir ändern. Die muss stärker gemacht werden? Die muss stärker gemacht werden. Die ist quasi zu leicht gängig. Ja. Und dadurch hast du keine Rückmeldung am Gaspedal, kein richtiger Gegendruck. Aber hat Martin nicht mit dem Unimog diesen Offroad-Tester einmal gemacht? Und da war das doch nicht, oder? Hätte er das da vielleicht, hätte er das da merken können? Und deshalb fällt das Gaspedal dann runter und an der Pumpe, umso mehr Gas du gibst, kriegst du auch einen Gegendruck und dann fängt die Pumpe an zu hopfen. Und habt ihr so eine stärkere Feder mit? Schauen wir jetzt, ansonsten müssen wir die anders einhängen, damit die schon von Grund aus ärgergespannt ist. Verstehe. Was ist hier jetzt für ein Tuning vorgenommen worden? Scheiße. Die ist jetzt einfach... Gummizug. Hä? Wo geht man denn hin? Die ist da oben fest und der zieht jetzt einfach das Gaspedal höher. Also, dass es straffer ist. Pfff. Oh fuck. Die haben jetzt so einen Schnipse-Gummi. So ein, äh, 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 so ein, so ein Gummi aus dem Baumarkt, was du für so Gepäck nimmst, fürs, fürs, fürs Fahrrad. Haben die jetzt ans Gaspedal gemacht, damit das mehr rausgezogen wird, oder was? Als ob. Als ob. Ja. Und das haben die jetzt oben in der Armatur irgendwo eingehangen, oder was? Oh, ich hab ein Problem, die ich gerade... Pfff. Mein Gott. Es hat noch gezischt wie Sau, ne? Mein kompletter Vorratsdruck ist weg. Komplett. Auf Null. Und er baut auch keinen neuen auf. Könnt alle mal ausmachen. Was soll ich machen? Schlüssel. Schlüssel? Hier war... Hier war... Hier war... Ich überlege, wir sind im Warm-Up. Nicht mal im Warm-Up. Wir sind einfach nur ein bisschen durchs Gelände geheizt. Und es passieren genau diese Dinge, wo ich gesagt habe, dass ich einfach glaube, dass es... Dass es nicht schnappst im Leben war. Aber ist ein Unimog nicht genau für sowas eigentlich ausgelegt? Also für so Lassen, Gelände, oder? Das ist da... Eigentlich ist er doch da zu Hause. Das ist wohl doch schlimmer, ne? Ich weiß es nicht. Du hast gerade gehört. Kann sein, dass der Kolben gebrochen ist. Bedeutet... Ja, der Kolben von der... Von der... Luftanlage. Bedeutet, der Unimog ist nicht mehr fahrbereit. Das heißt, wir müssen von hier, worum wir gerade sind, hier mitten aus der Wüste, irgendwie die Karre nach Duskrieg. In der Werkstatt. Was? Neues Teil. Kann der Unimog durch die Sahara fahren? Ich glaube, hier wird sich das gerade zeigen. Nein. Wir sind im Warm-Up, ne? Nein, nicht mal Warm-Up. Also guckt euch das an. Das ist keine Sandwüste. Das ist quasi... Das ist nichts. Ich kann hier gerade gar nichts... Ach du Scheiße. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin gerade so... Los heulen? Warum? Wie kommt man auf die bescheuerte Idee, zu probieren, mit einer Unimog durch die Wüste zu ballern? Hä, na, die Idee ist doch geil. Also, das liegt ja jetzt nicht an der Idee ist... War vielleicht ungünstig gelaufen oder so. Erklär's mir. Ja, na, ich kann sagen, warum. Chat, ihr seht's jetzt in dem Bild. Warum ist das passiert? Warum ist das passiert, Chat? Wer hat aufgepasst? Na klar, da erkenne ich ja von hier zu Hause. Also der Backseat-Schrauber erkennen den Fehler. Der Stern. Der Stern ist falsch rum. Ist doch klar, wenn der Stern falsch rum ist, dann hätte ich als Unimog auch keinen Bock mehr zu fahren. Oh, was machen die jetzt? Achso, zum Hinlegen. Das Ding ist, an der Stelle muss man ja mal sagen, Martin hat ja Glück, dass er hier fähige Leute um sich drumherum hat. Also alleine, wenn du keine Ahnung von dem Bums hast, wärst du ja komplett am Arsch. Also, ne, da wuseln ja die ganze Zeit irgendwelche Menschen drumherum, die anscheinend Ahnung haben und hier irgendwelche Sachen irgendwo festschrauben und lockerschrauben und prüfen. Aber sonst wär's es ja komplett. Tobi, kannst du mal erzählen, was hier gerade passiert ist? Ich denke, dass die, das hatten wir ja schon mal bei dem ersten, dass die Überdrucksicherung, wenn der 15 Bar hat, die ist zwar auf 22 Bar ausgelegt, aber vielleicht ist die... Ja, aber jetzt pass mal auf. Ja? Ich weiß nicht, inzwischen. Ja, dann stecken wir hinten den Schlauch aus. Da ist ein Stoßverbinder. Ich stecke die andere Seite auch aus und stecke das einfach zusammen und dann ist es ja entkoppelt, oder? So, hätte ich's, glaube ich, auch gemacht tatsächlich. Mit der Entkopplung, das ist gut, dann zischt das nicht mehr, weil klar, 15 Bar, 22 ist Grenze, Reserve 7, aber schwierig. Ja gut, ähm... Ist die Reifendruckanlage durchgeknallt, oder was? Genau, im Prinzip ist innerventil eine Reifendruckregelanlage. Aber warum ist das ganze System denn im Marsch? Weil das ist Leckage und da guckt es einfach raus. Ach so, es geht quasi einfach eins zu eins raus. Der kriegt keinen Gegendruck und deswegen kann man keinen Druck aufbauen. Wie krieg ich meine Reifen wieder aufgefüllt? Das kriegen wir schon wieder hin. Jetzt haben Sie da eine Dichtung gewechselt beim Kompressor. Nein, nein. Sie haben einfach die Reifendruckregelanlage einfach ausgeschaltet. Also Blindstopfen für die Leitung in die Reifendruckanlage einfach tot. Jetzt hat er mal wieder Druck. Jetzt kriegt er auch wieder Druck, ja. Mal den. Ach, Digga. Ich weiß, dass das dazugehört, aber ich bin einfach... It's part of the game. Das ist die Heldenreise. In Afrika, weißt du, und Kontrollverlust und ja, also du musst jemandem vertrauen. Ich meine, die Jungs kenne ich jetzt auch nicht so lange, weißt du, das ist so, stehst du mitten in der Wüste. Jetzt habe ich hier einen Expander drin. Ich habe ja einfach einen Gummizug, weißt du. Ja, klar. Tiki. Die Nerven liegen blank. Was jetzt? Das ist richtig gut. Das ist gar nicht gut. Das ist genau der gleiche Wumms wie vorher. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist genau der gleiche Schmutz. Auf normaler Straße kann man es kompensieren, kann man mit umgehen, kann man Autobahn, geht alles irgendwie. Aber im Gelände kannst du damit nicht arbeiten. Das geht nicht. Ich kann ja wohl schlecht alles mit Vollgas nach oben. Das geht ja nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Außerdem guck dir das bitte an hier. Willst du mich verarschen? Nein. Wenn wir das nicht merklich besser kriegen, fahre ich nach Hause. Oh, fuck, ey. Fuck, 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 ey. Aber wie mies ist denn das? Da sind zwölf Fahrzeuge und Martin hat mit seinem Fahrzeug das Problem. Die anderen anscheinend nicht. Woran hat die die Leyen? Nicht in dieser Haare. So sieht es aus. Das wird nichts. Ich packe die Kamera mal wieder weg. Ja, ich arbeite im Gashebel. Aber ich bin nicht in der Lage, diese Haare zu befährende Gashebel. Das kannst du vergessen. Also Martin ist gänzlich abgefuckt und wenn ich den jetzt noch mal eine Kamera ins Gesicht halte, ich glaube, dann kriegt der so einen Kinski-Ausraster. Aber genau den wollen wir eigentlich sehen, ne? Deswegen lasse ich das mal lieber und filme ihn nur heimlich. Das wird sich so scheiße. Hä, aber wo kriegen die den geilen Sound her? Ist das Richtmikrofon so stark, dass die auf die Distanz so einen klären geilen Sound kriegen? Jedes Mal das ist einfach so. Und rechts. Mit einer kleinen Windelstange den Hebel an der Bucke verlängern. Soll der Bucke noch länger machen als vom Hebel. Die Bucke noch oder der? Die drei haben wir an der Reihe. Nee, dann geht die Anruhe. Erst mal das Team checken. Was sind denn das für Leute, die Bob? Hier, das sehe ich doch schon. Da sehe ich doch schon bei Hildegard die Adventure Crocs in Rosa. Ja, ja, ja. Hier nochmal die Crocs in Flieder. Auch nice. Hier Crocs in Dunkelblau. Auch mal eine gute alte Sandalette auch mal wieder tragen. Hier auch herrlich. Die wollen jetzt hier mit ein nervöses Fahrer auskippen. Scheiße. Er meinte es am Ende. Das war's. Der ist am Ende. Das ging... Hä? Das ging ja noch gar nicht los eigentlich, oder? Genau, das habe ich geahnt. Gesetz der Anziehung. Das ist das Ding. Weil er es geahnt hat, ist es passiert. Krass, da stehen die. Es sieht schon geil aus. Irgendwie hat das was, ne? Ist schon heftig. Irgendwo im Nirgendwo. Die Schrift hat irgendwie feier ich das. Ist geil gemacht. Auch reingetrackt und so. Hier, guck mal, so ein Camp-Site da rund aufgebaut. Hier, alle die Stühle draußen. Nice. Mal ganz kurz, wie klein sieht eigentlich Marlins Unimog aus im Vergleich zu diesem Ding hier links? Was ist das denn, Alter? Aber wir hören jetzt erstmal zu. Martin hat was zu sagen. Konzentriert euch. Ruhig. Wir sind jetzt den ganzen Tag durch den Offroad-Bereich gefahren. Also man sieht, zum Teil sind es halt straßenähnliche Zustände, aber mit Löchern so tief wie Grand Canyon. Wir haben jetzt entschieden zu sagen, wir bleiben jetzt hier in der Dunkelheit zu fahren. Durch die Wüste ist halt riskant. Ich werde jetzt hier eine Operation am offenen Herzen durchführen. Wir werden das Fahrerhaus kippen. Nur mal zum Verständnis, dieses Fahrerhaus zu kippen, das macht man nicht mal in Werkstätten. Also manche Unimogs, da werden die Fahrerhäuser nie gekippt. Bei mir ist es schon das dritte Mal oder so, keine Ahnung. Was hat denn die Karre eigentlich jetzt insgesamt komplett mit allem Drum und Dran gekostet? Das hat doch locker 150.000 gekostet. Ne, das reicht doch wahrscheinlich nicht mal, oder? Hat das jemand mal als Überblick, kam das irgendwo mal zum Vorschein, was dieses ganze Moped hier kostet? 100k? 100k hat er gemeint? Ich denke mal 100k, ca. 100. Okay, ich weiß es tatsächlich nicht, aber viele schreiben gerade ca. 100.000. Jetzt steht da so eine 100.000-Euro-Bude und fährt nicht und ruckelt rum und hat einen Expander am Gas. Scheiße, ey. Operation am offenen Herzen. Ich habe Sorge, das ist meine größte Sorge, dass irgendwas bei der Operation kaputt geht. Und zwar so, dass hier keiner weiterkommt. Also ich nicht. Ja, das ist halt, sag mal, ähnlich wie bei Tarkov. Wenn du den dicken Loot hast, den 100k-Loot, okay, der ist jetzt nicht dick bei Tarkov, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann bist du am Arsch und verlierst den Loot. Du musst bei so einem Anteil auch davon ausgehen, dass die Karre halt einfach auch dann da bleibt. Wir sind eine Stunde, eine gute Stunde weg von der größeren Stadt. Jetzt einfach mal umswitchen. Auch mal sagen, gut, Unimog fährt nicht, wir machen zu Fuß weiter. Wir gehen zu Fuß durch die Sahara. Mehr sogar noch. Lange rede gar keinen Sinn. Mir geht es nicht gut, sage ich euch, wie es ist. Und ich habe damit gerechnet, aber ich habe es nicht gehofft. Hätte gerne ein anderer Unimog sein können. Und dann geht es morgen weiter. Das Problem ist bloß, es muss alles vorne abgebaut werden. Diese ganzen Wasserbehälter, die wollen die Fahrzeugkabine kippen. Oh, 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 oh. Sag mal, Micha, du bist hier der Unimog Pro. Ja, wir kippen jetzt das Fahrrad aus. Wie akut ist die Nummer hier, wirklich? Das Problem ist, wenn wir so weiter fahren, gibt es irgendwas anderes auf. Weil die Stöße gehen alle aufs Getriebe und auf der Antriebsstrange. Und irgendwann gibt es schwächste Teile im Glied halt nach. Und wie wahrscheinlich ist das, dass ihr das hier repariert kriegt? Das kriegen wir hin. Das kriegt denn? Ja. Und wenn es provisorisch ist, sodass er weiterfahren kann, aber das bekommen wir nicht. Ja, alles entspannt. Komm, Bierchen auf und auch mal ein bisschen zugucken bei der Operation. Klingt doch gut. Okay. Ich glaube an euch. Ja, auch. Was sagst du uns zu der Nummer hier? Ich sage mal ganz ehrlich, wir sind das ja mit ihm schon gewöhnt. Sag mal gewöhnt? Gewohnt, ne? Gewohnt, ja. Gewohnt. Also ich habe auch schon so ein paar harte Schläge abbekommen heute. Ja. Also tatsächlich hat er, du hast einfach hartes Pech. Ich habe einen Montags-Uni-Mock gefühlt. Bis jetzt jedes Mal, wenn wir irgendwo unterwegs waren, bei dem ersten Offroad-Ding, Kühlwasser am Arsch. So, dann treffen wir unseren Hassloch, Zylinderkopfdichtung am Arsch. Dann sind wir hier, Gas am Arsch. Wenn wir das volle Programm gebrucht haben, all inclusive, dann ist das halt so. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Geil. Und dazu das Standbild. Ach sympathisch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Da feiere ich irgendwie. Eine ganz andere Aussage. Top Aussage für diesen Moment. Geil. Schöne Timelapse hier. Jetzt wird das Ding auch mal gekippt. Na bitte. Auch mal ein dunkel bisschen weiterschrauben. Der Mond zieht. Wir haben es inzwischen 18.45 Uhr, es ist dreiviertel sieben. Es ist inzwischen dunkel. Hier wurden die Flecks ausgepackt. Ich versuche euch das mal zu zeigen und zu erklären, weil ich habe nämlich jetzt auch verstanden, um was es geht eigentlich. Marc, komm mal her. Ja. Folgende Situation. Wir haben hier den Gaskontakt. Gaskontakt, klar. Diese Stange hier geht hier rüber zu diesem anderen Gaskontakt. Der ist hier. Das Problem ist, wir brauchen die gleiche Länge wie das Teil auch hier drüben, damit die Übersetzung vernünftig funktioniert. Und damit dieses Sprengen nicht passiert. Jetzt ist der Plan, dass wir an diesem Teil improvisiert etwas heranschauen. Aber ich habe es immer noch nicht gerafft, dieses komische Springen. Kommt das jetzt, weil irgendwas kaputt ist? Ich habe kein kaputtes Ding gesehen. Irgendwas ist mit irgendeiner Stange und die muss genauso lang. Aber ist deine Stange kaputt oder was? Ich raff es nicht. Schweißen, was den gleichen Abstand generiert wie das. Damit am Ende die Stange wieder eingesetzt wird und die Übersetzung stimmt. Ist das das, was Sie gerade geflext haben? Exakt. Ich vermute es stark. Das... Nee, zu kurz. Ist die Stange nicht original oder was? Die fehlt einfach. Übersetzung wegen Motorswap? Ich raff gar nichts. Das ist der ganze Spuk, den wir hier betreiben und das machen. Und bist du jetzt gut gestimmt, dass das klappt? Nein. Sehr gut. Weil, das ist nämlich der Punkt, wir müssen exakt auf den Millimeter genau das treffen. Tun wir das nicht, haben wir das gleiche Spiel rückwärts. Verstehst du? Was passiert dann? Dann drückt es nicht mehr, sondern dann schiebt es. Dann kommen wir nicht aus dem Arsch. Ja, dann haben wir wieder wie vorher, weißt du? Ja, toll. Super, oder? Wir drücken alle fest die Daumen. Im Zweifel einfach mal in die Sahara fahren, hat er gesagt. Kommt dir nix, neuer Merch, gesagt euch, so wie es... Oh, nee, Marc. Oh, nee, Marc. Prost. Prost. 10 vor 10? Ha? 10 vor 10. Wie machst du das jetzt aus? Woran merkst du das? Du bist ja das Paradebein, du bist gefahren. Du weißt, wovon ich bin. Ja, ja, aber wenn ich jetzt den laufen lasse, und ich gebe ein bisschen Gas, war vorher gleich Vollgas. Achso. Ja, und wenn ich jetzt langsam durchdappen, und ich kann ein bisschen unterdappen, und erst ganz unten ist er ganz oben, dann passt jetzt das Verhältnis unterweg. Gib mir mal dreckige Hi-Fi, komm. Komm, mach mal. Ah! Freunde, ihr wisst ja, ohne fähige Leute bist du einfach im Leben aufgeschmissen. Wieso meinst, mein neuer bester Freud? Den nehme ich jetzt immer mit, wenn ich mit dem Unibach unterwegs bin. Ich hab mal hier unten unter der Beschreibung mal verlinkt, wenn ihr mal mocktisch, der Micha. Micha, regelt das. Ich hab's doch gesagt. Erstmal ruhig, locker, luftig durch die Hose atmen. Micha hat vorher gesagt, das kriegen wir hin. Bisschen OP, bisschen ankippen, alles entspannt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch an den Mann. Also, sorry. Ich hab trotzdem nicht verstanden, irgendwas mit einer Stange. Irgendeine Stange ist zu kurz, irgendeine Stange muss auf irgendeinen Millimeter angepasst werden, damit's geht. Ich frag mich, was mit der Stange vorher war. Ach, Mel. Einfach Mel. Danke. Maschine, ey. Maschine, ja. Einfach ein menschlicher 3D-Drucker. Der hat einfach ein Bauteil mitten in der Wüste einfach selber hergestellt. Ich würd's euch gerne zeigen, aber es ist halt jetzt schon verbaut und die Kabine ist wieder unten. Aber das, was ich vorhin erklärt habe, da hat er einfach was gebastelt. Und nicht einfach nur ein Stück Metall oder sowas, sondern er hat das mit dem Trapez und mit Lauf und Gewinn. Ja, 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 genau. Aber mit dem Gewinn auch und so weiter. Das ist halt... Und ich... Wie gesagt, nochmal, wir sind mitten in der Wüste. Wir sind nicht irgendwo in der Stadt oder so. Sondern hier wird der Mission erstmal abgeschlossen. Da es ja dunkel ist, schaffen wir heute keine Probefahrt mehr. Das verschieben wir auf morgen früh und ich hoffe inständig, dass es damit quasi erledigt ist. Es wär ultra geil. Okay, jetzt kann's Adventure, aber losgehen hier. Aber eigentlich war das ja schon am Teumisch. Okay. Wie, keine Szene, wie nochmal ins Bett gegangen wird und übernachten innen drin Kabine? Fehlt mir. Na Junge, der läuft doch. Mensch, herrlich. Ja. Es ist halt immer noch, ne? Nicht perfekt, aber besser. Ja, es ist halt... Wir müssen jetzt gucken, Max. Wir müssen jetzt fahren, dann werden wir es merken. Weil ich muss ja auch irgendwann eine Entscheidung treffen. Weißt du? Was für eine Entscheidung? Wir fahren jetzt noch ungefähr Stunde, anderthalb. Wir wissen, ich weiß nicht wie lange. Wir wissen, Duz. Das ist eine Stadt und ein riesengroßer Salzsee da irgendwo in der Nähe und nach Sagelan. Aber kurze Frage. Ging es sich darum, zu diesem krassen Felsen zu fahren und dann ein Offroad-Training zu machen? Was ist aus dem Offroad-Training geworden? Was geht? Ne Stadt. Also dieser Offroad-Workshop mit Dünnen 90 Grad hochfahren und sowas. Ja, genau. Duz ist quasi die letzte Stadt vor der Sahara. Und da werden wir noch mal ein bisschen Vorräte aufmachen. Ah, es kommt jetzt. Und noch ein bisschen Waifu tanken. Ah, okay. Und weil er heute... Hey, jetzt sagt, dass er wieder in die Stadt fährt. Deswegen war ich gerade verwirrt. Okay, okay, okay. Wir haben doch nichts zu essen. Wir waren ja eigentlich im Zeitplan hinten. Eigentlich hätten wir heute Morgen noch Frühstück gekriegt von der Else. Gibt es aber heute nicht. Das heißt, wir müssen beide improvisieren, Max. Else kaputt. Wir wollten eigentlich gerade losfahren. Kann man den Motor aber ausmachen. Aber wir wollen erst mal was frühstücken. Komm rein. Jetzt kommt ein Waifu placement. Safe. Frühstücken wir jetzt. Mach mal auf hier. Handschuhfach ist unser Frühstücksfach. Oh, wer hätte das denn gedacht? Ich nehme hier. Ganz klarer Vorteil. Wenn du keinen Frühstück kriegst, einfach eine Flasche Waifu drin. Funktioniert auch ungekühlt. Und heute Nacht waren es so 20 Grad. Das heißt, sollte erträglich sein. Eine vollwertige Trinkmahlzeit, die dich komplett auf den Tag vorbereitet, den du halt gerade vor dir hast. Und mit dem Rabattcode fritz-youtube sparst du auch nochmal 10% oder manchmal sogar mehr. 26 Vitamine, reicher Protein, Ballaststoffe, Laktosefrei, Glutenfrei und was mir ganz wichtig ist, ohne Zuckerzusatz. Und schmeckt einfach hervorragend. Wenn du auch ausprobieren möchtest oder du bist auf dem Weg in die Sahara oder sonst irgendwelche Abenteuer, dann gehen die Beschreibung. Da ist ein neuer Code. Ganz wichtig. Der neue Code ist madi-youtube. Richtig. Fritz-youtube. Das ist wirklich, da müsst ihr drauf achten. Madi-youtube war der alte. Es gibt einen neuen. Fritz-youtube. Das ist den, den ihr nutzen müsst. Ganz wichtig. Wenn du mich unterstützen willst. Bei mir gibt es nämlich 11% Rabatt. Vielleicht. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Dann nutze auf jeden Fall den Code. Link in der Beschreibung nutzen und der Code gibt 10% auf die komplette Bestellung. In diesem Sinne guten Appetit. Max, du musst auch. Weil wir müssen beide... Bei mir gibt es 11. Vielleicht. Müssen wir auch einfach mal ausprobieren. Ganz konzentrieren. Was nehme ich denn? Ich nehme glaube ich auch Heavenly Hazelnut, weil das klingt nämlich sehr geil. Ist lecker. Alright. Dann frühstücken wir mal auf und dann ab nach... Duuus! Warte mal. Duus? Wo ist ein Duus? Jetzt will ich mal recherchieren. Die sind hier in Tunis angekommen. Wie heißt das? Duus? Wo sind die hier lang? Mir fehlt ein bisschen die Karte. Ich bin so ein Kartenfreund. Ihr wisst es. Ich liebe Karten. Ich will das immer so nachvollziehen. Wo ist ein Duus? Wie schreibt man ein Duus? D-U-S. Warte mal. Genua war hier. D-U-U-Z. Ah krass. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Okay. Dann sind sie vielleicht hier durchgefahren oder wahrscheinlich waren sie hier. Okay. Park the Ding. Und dann hier unten. Ja okay. YouTube weiter jetzt. Jawoll. Oh sick. Aber ganz ehrlich, das so ein bisschen erinnert an die Wüstendurchquerung mit Fabio zusammen. Also klar, bei uns war es nicht so krass und nicht so geil weit wie hier. Aber nur diese Art des Berges mit dieser flachen Kante obendrauf. Das war da auch so. Das war da auch so. Das war da auch so. Versallt. Oh. Oh. Sorry. Digger. Sauber, gut gemacht. Das ist schon krass jetzt hier, ne? Die fahren jetzt hier gerade wirklich halt einfach querfeld ein über die Steine. Das ist schon... Siehst du, was ich sehe? Digger. Auf der Drohne sieht das aus, ich will gleich eine Wand hochfahren. Diggi, wo ist der Juru? Ich fahr jetzt eine Kante hoch. Diggi, Diggi, Diggi! Alter, einfach eine Wand hoch. Ich bin gerade einfach eine Wand hochgefahren. Digger, Digger, Digger! Digger! Hier sind Steine, so groß wie Autoreifen. Digger, ich kann die Drohne nicht lenken. Ehm, ja. Ehm, ja. Ui... Genau, und das ist noch weiter. Das ist einfach... Das ist einfach hoch. Echt krass stimmt, der Stern. Der Stern wurde gedreht... Von irgendwem. Aber auch nicht richtig. Der hängt trotzdem immer noch auf halb acht. Der guckt jetzt nach links schräg hoch. Das ist krass. Ich benutze den ersten Gang sehr, sehr, sehr. Aber hier. Aber nicht so viel. Einfach. Univac. 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 Wuhu. Martin ist halt auch eine Achterbahn der Gefühle. Finde ich immer geil. Alter Vater, ey. Alter Vater. Junge, 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 Junge. Boah, da hätte ich jetzt ein Voice-Over gefühlt. Und dann kam der Abend der Abende. Hier an der Stelle kann man als Paradebeispiel gut erkennen, dass die Wüste halt nicht immer nur Sand ist, sondern halt tatsächlich auch wirklich alle halbe Stunde sich sein Gesicht ändert. Wenn du überlegst, dass wir vor heute Morgen los sind. Es ist halt keine Dünen-Sandwüste, sondern eher so eine Felswüste gerade hier. So ausgewaschene Bäche und Betten und keine Ahnung was. Und jetzt stehen wir mitten in so einem Gebirge, in so einem kleinen. Geil. Das ist halt einfach krass. Und ich glaube, weil manchmal siehst du hier auch mal so Schnecken und irgendwelche Fossilien, dass hier mal Meeresspiegel war. Oder entweder das ist angestehend gesagt, keine Ahnung. Schon ziemlich beeindruckend, dass die Wüste eben nicht nur Sand und Düne. Klar, die kriegen wir auch noch. Aber diese Ausläufer und diese ganzen Steine und so weiter, das ist schon krass. Und das Geile ist hier, kein Flugzeug. Du siehst ungefähr, so weit der Horizont reicht, keine Zivilisation. Das ist schon Wahnsinn. Sehr, sehr beeindruckend, also sehr mächtig. Nice. Ja. Gut, und jetzt hoffentlich erreichen wir in den nächsten Stunden mal du's, das Tor zur Sahara. Ei, ei, ei. Boah, stellt euch vor, so eine Aufnahme, er kippt einfach um. Kann man mal machen. Klassischer Dienstag. Oh, was jetzt? Das ist ne Unimog, Digga. Ich glaube, man hat vergessen, dem Unimog zu sagen, dass er kein Bergsteiger ist. Ich glaube, das hätte man dem noch sagen müssen. Also hoch geht immer irgendwie alles noch, aber runter ist einfach so ne richtige, das ist auch schlimmer. Mir ist, also mir ist wirklich schlecht. Ich hab das nur gemacht, weil die beiden Unimogs von mir auch da runter sind. Aber mein normaler Menschenverstand hat gesagt, Martin, lass das, was soll das? Das ist brutal, wirklich richtig brutal. Gerade für den Kopf. Man kann es gut erkennen, der kommt, oh Alter, Alter. Kommt du's immer näher. Damit aber auch dem Sand. Man sieht jetzt hier schon in der Flora gewunden. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, geil. Mini-Düne. Oh, was jetzt? Das sieht ganz so aus, als würden wir jetzt so einen alten Salzsee missieren. Aber das ist halt kein Wasser, sondern das ist nur Salz, was du siehst. Und das Salz sieht halt von der Entfernung aus wie Wasser. Aber es gibt hier kein Wasser. Es ist einfach nur dieses Glimmernde, Flimmernde. Das ist alles nur Ablagerung von Salz. Es ist kein Wasser. Ich stelle jetzt an der Passage, die hat's in sich. Tobi erklärt mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, was hier sehr, sehr gefährlich werden kann und warum wir hier auf gar keinen Fall vom Gas gehen. Ja, wir fahren jetzt gerade über das Schott. Das Schott ist ein ausgetrockneter Salzsee, wie ihr seht. Das seht ihr am Boden. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, unbedingt Geschwindigkeit aufzubauen, wenig Luft anzulegen und ganz, ganz wichtig, am allerwichtigsten ist es nur auf den Spuren zu fahren. Weil auf den Spuren ist das Material einigermaßen verdichtet. Sonst versinken wir treibsandähnlich im weichen Boden. Wollen wir 3D-Vorhut machen? Ich würde jetzt erstmal eine Probe machen, weil ich das leichteste Auto habe. Wenn bei mir schon was blöd wäre, dann kommst du zurück quasi. Dann kommen die Unimox, also das heißt die Unimox, dann komme ich zurück und dann probieren wir es mit den Unimox und dann holen wir Stück für Stück die schwereren Fahrzeuge hinterher. Ja, mal denn, wird spannend. Also, ja, das ist jetzt so. Also, wenn du schon sagst, einer deiner Angstpassagen, dann glaube ich das gerne. Dann, gut, dann machen wir das da. Machen wir das. Ich bin auf den Funk gespannt. Gib mal Gas. Der sieht irgendwie witzig aus, oder? Mit dieser Pritsche da irgendwie. Ich glaube, er kommt zurück und sagt, geht nicht. Weil, er hat nämlich auch eine Sache gesagt, hier sind es mehrere Tage lang keine Einheimischen durchgefahren. Das ist das, was mir am allermeisten. Mir auch. Und das ist vor zwei Wochen hier geregelt hat. Das ist das große Problem. Was ich glaube, was? Er sagt, wir fahren durch und es bleibt einer steckt. Oh, das wäre geil für das Video, sagt ehrlich. Einer. Ja, einer wird hängt. Wenn du dann zögerst, das ist Feierabend. Das ist genau das, wie vorhin an der Kante, wo, wenn du da falsch reagierst und zögerst, oder in die Kupplung oder auf Gas oder irgendwas, dann ist es vorbei. Und das ist genau das Ding hier auch. Dann ist hier Feierabend. Ich finde es gut, dass Martin immer so optimistisch ist. Ja, ja. Hier heißt vorbei. 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 Ja, ja. Lassen wir die Karre stehen und fahren laufen nach oben. Ja. Oh, 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 oh. Hast du das gesehen gerade? Was jetzt? Alle stehen, bleiben. Was? Oh, oh. Wenn Micha schon so reagiert. Warum? Wir hören euch. Wir bleiben stehen. Also, Strecke ist nicht fahrbar. Schreit er ins Mikrofon. Ich glaube, die haben gerade irgendwie 100 kmh drauf oder sowas. Ja. Der fährt auch eher da wieder raus, ne? Ja, okay. Alter, da geht es aber ab. Aber warum ist nicht noch ein Kameramann oder Max oder irgendwer mit bei denen auf dem Moped vorne? Ja. Wir bleiben alle stehen. Wir haben nicht gehört. Wir bleiben alle stehen. Wir sind jetzt reingefahren. Alter. Will jemand mal erleben, was richtig Arschwasserzeit ist? Tobi. Guck dir mal die Karre an und unten die Portale. Wo warst du? Du bist doch nur im... Alter. Was zur Hölle? Äh, das ist nass, ne? Und die... Das ist nicht zu schaffen. Das ist wirklich nicht zu schaffen. Also... Der Micha hat zwar gemeint, wir sollten das jetzt noch mal machen, aber... Ja, doch. Da wäre ich auch dafür. Jetzt noch mal reingehen. Mensch, Jungs. Ihr habt doch zwölf Autos, dann zieht ihr euch gegenseitig wieder raus. Ihr müsst jetzt auch mal an euch glauben. Ihr müsst auch mal belieben. Ihr müsst jetzt auch mal sagen, es gibt kein Zurück mehr. Ja? No Retreat, no Surrender. Jetzt noch mal rein in den Mock und dann durchknüppeln. Ich denke, man muss das Risiko nicht herausfordern. Was ist das bitte? Warte, wir sind in der Wüste. Ja gut, da ist vielleicht noch ein bisschen feucht, der Boden, ne? Alter. Brudi. Alter. Alter Diggi. Alter Diggi. Diggi, Diggi. Alter Brudi. Also es ist halt tatsächlich genau das eingetreten, was ist. Die sind halt reingefahren und sind dann bis runter, bis auf die Achsen eingesunken mit 70 kmh. Das Heck hat sich gedreht. Die haben es irgendwie geschafft, wieder die Spur zu kriegen und sind woanders wieder raus. Ja, wir haben es ja gerade auf der Drohne gesehen. Also da ist so ein richtiger Salzsee-Wohnung. Ja. Das ist halt wie eine Eisschicht, wo halt... Ja, genau. Das ist halt eine komplette Katastrophe. Wenn ihr die Karre anguckt... Scheiße, dass da keiner jetzt mit der Kamera dabei war. Das hätte man doch jetzt... Das ist doch das Ding, was man jetzt hätte sehen wollen. Wie da habt ihr ja gesehen, das ist einfach abartig. Also wir umfahren die Nummer jetzt und fahren durch eine Stadt. Nee. Wir wollen ja zur Stadt. Wir müssen jetzt den Salzsee umfahren. Ach du Scheiße. Ist das ein Ultra-Umweg? Ja, das ist es. Sprit reicht nicht. Schade. Wir haben jetzt eine Alternativ-Mute gefunden. Wir haben jetzt quasi eine Straße gefunden, die über diesen... über dieses Schott führt. Über diesen Salzsee. Und jetzt gehen wir mal was in Gas hier. Lkw-Fahrer Martin unterwegs in Afrika. Willkommen zu Deuce. Wir cruisen durch Deuce. Willkommen Deuce. In der letzten Stadt vor der Sahara. Ihr mal jetzt auch mal umschwenken auf so ein Moped. Viel geiler. Das ist Tor zur Sahara. Exakt, das ist es. Wir haben uns alle getrennt. Zum Tanken. Ganz viele Jugendliche. Mein Trainwarn ist bereit. Hup die weg da. Ja, Leute. Ich stehe. Auch persönlich. Aber... Die wurden vorhin, man. Weg bitte, Viecher. Was soll denn das? Was stehen die denn auf der Straße rum? Ich sag mal so. Die 4000 Euro Hupe hat sich da dann doch jetzt rentiert und gelohnt. Wir beenden jetzt quasi den Kindergeburtstag. Denn jetzt geht es ums knallharte Überleben in der Wüste. Von Afrika. Der Sahara. Wo Dünnen manchmal auch einfach 50 Meter hoch sind. Und da fahren wir jetzt mit dem Unimog drüber und rein. Und zwar im 90 Grad Winkel, wie er gesagt hat. Hoch und was weiß ich. Aber wir müssen erstmal dahin. Das ist noch ein kleines Stück. Bist du bereit, Max? Ich bin sowas von bereit, Martin. Okay. Dann lass uns jetzt einfach loslegen. Okay. Okay. Ist das das Tor zur Sahara, Martin? Warum reden die so? Ich glaube, das ist genau das, was es ist. Das Tor zur Sahara. Oh, jetzt geht es aber auch ab mit den Kamelen. Guck dir an hier. Herrlich. Bei TripAdvisor ja auch mal die kleine Kamel-Tour gebucht. Mensch. Da sehe ich aber auch hier die ein oder andere Overweight-Anzeige am Blinken im Tarkov-Menü. Mann! Das arme Kamel. Komm, da ist ein Mini-Dünen. Das ist krank. Digga, ist nicht los. Sehr laut gerade. Uh, geil. Guck mal an, guck mal an. Kleine Dünen da. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wir haben das Ziel erreicht. Wir befinden uns am Tor zur Sahara. Alles, was man hier sieht, ist schon der Ausgabe der Sahara. Oh, Alter. Fahren die hier hoch und rüber mit dem Moped. Das wäre krass. Hier mit Unimok hoch. Kämpft halt hier oben und dann wieder runter. Ab hier geht es rein in die Wüste. Kann man mit dem Unimok die Sahara durchqueren? Wir bekommst raus. Wenn du es nicht verpassen willst, Kanal abonnieren. Daumen nach oben, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns beim Selbstversuch. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Euer ist dabei, Wittmann. Ciao. Ey, krasses Video. Krasses Video. Erstmal Daumen nach oben hier. Junge, 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 Alter. Ich hoffe, nächste Woche kommt gleich das nächste. Nächsten Samstag. Unimok-Katastrophe in der Sahara, ey. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Schaut auf jeden Fall bei Martin vorbei. Gratulation zu einem Millionen Abonnenten, die er endlich geknackt hat. Mehr als verdient. Daumen nach oben. Ja. Ja, ja. Wird gut, wird gut.